Wir bringen euch heute in die Welt! Ja, wir tun so als wäre voll Kacke. Ja, ich bin super Klatschen dabei, weil ich schon die ganze Zeit so stehe und warte. Eure Hose ist euer Tanzpartner, ja? Ihr nehmt... Wisst ihr, was ich getrunken habe? Ja, voll. Die ist mir auf den Fuß getreten! Kacke! Danke! Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Wie nennen wir unser Format eigentlich? Ich hab keinen Plan. Okay, willkommen zu einer neuen Folge! Ach so, ja, genau. Von uns auf... Willkommen auf unserem YouTube-Channel. Wir werden heute wieder einen Beruf testen. Und zwar stehen wir heute vor der einzig wahren, legendären Tanzschule... Da-da-da! The Crew! Und werden hier heute als Tänzer-Tanzlehrer tätig sein. Die Tanzschule gehört übrigens Maddies Freund Marvin. Er ist vergeben, deswegen... Genau! Lass es nach! Lass es nach! Lass es einfach ein, Alter! Sonst geb ich euch ein... Ja, ein Kick-Bond! Ja, genau! Ich würd mal sagen, wir gehen rein und gucken mal, was Marvin für Aufgaben für uns hat. Genau! Let's go! Yo, it's 15 in the house! Was? Was? So machen wir das in der Hip-Hop-Szene! Ach so! Ach so! Yo, Bro, was geht? Was geht, Bro? Macht ihr das auch so, wenn ihr zu Hause euch begrüßt? Was denkst du denn? Denkst du, wir küssen uns, oder was? Ach so! Ich bin jetzt in der Chef-Position. Ach so! Oh, okay, ja, na klar. Das ist jetzt ein bisschen... Zuhause bin ich der Chef! Marvin, erzähl doch mal. Ich mein, Maddy weiß ja schon alles über Marvin. Wär jetzt blöd, wenn sie die Fragen stellt. Ja! Aber ich hab natürlich ein paar, ne? Also, wann hast du ne Tanztrainer-Ausbildung gemacht, oder was hast du gemacht? Also, ich hab immer als Kind schon mein ganzes Leben lang getanzt. Hab mit sechs Jahren angefangen Hip-Hop zu tanzen. Krass! Und seitdem wirklich jeden Tag trainiert, 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 trainiert. Und irgendwann mit 14 hat sich dann die Chance ergeben, dass ich eigene Kurse gegeben hab und hab dann von da aus neben der Schule halt immer... Also, ein Kind hat Kinder trainiert, oder was? Oder Erwachsene? Ne, ich hab schon alle, auch die Erwachsene trainiert. Hä? Ja, wirklich? Er war 14 und hat einfach Erwachsene trainiert. Also ich mein, ich sah auch ein bisschen älter aus als ich war, aber... Hast du schon Bart mit 14? So einen. So einen Pflaumen. So einen. Keine Ausbildung gemacht, einfach nur Bock gehabt. Und dann hast du gesagt, so ey, ich spring ins kalte Wasser und mach mich selbstständig. Genau. Ich hab mir halt über die Jahre, da ich das früh angefangen hab, hab ich mir so eine Community aufgebaut, hab viele Tänzer gehabt, egal welches Alter, von drei Jahren an bis Oma, Opa. Und wusste halt, okay, wenn ich mir das eigenes aufbaue, die werden schon alle mitkommen und mit mir das durchziehen. Heftig. Und dann hast du, wenn ich jetzt mal so fragen darf, einen Kredit aufgenommen, oder? Ich mein, ist ja... Also es ist ja seine eigene Tanzschule. Ja, genau. Also das muss man auch sagen, er ist der Chef hier. Also ich hab mir einen Kredit aufgenommen, aber ich hab halt dadurch, dass ich früh angefangen hab mit Arbeiten, schon einiges an Seite gelegt und sehr viel gespart. Ich bin auch nicht jemand, der das so einfach so rauswirft, das Geld. Das kann ich bestätigen. Ja. Nicht so wie ich. Nicht so wie du. Habe ich mir den Traum erfüllt? Heftig. Also ich muss sagen, ich meine, so viele haben ja Angst so vor Selbstständigkeit und auch dieses so, ey, du kannst doch nicht ohne Ausbildung irgendwie im Kanal. Ich muss echt sagen, also ich mein, ich kenn Marvin ja jetzt auch schon, ist nicht das erste Mal, bin heftig stolz auf dich. Danke. Also so bin ich auch auf dich stolz. Das ist so krass, Alter. Wie alt warst du da? 20. Überleg mal. 20 und einfach so, ja okay, scheiß auf alles, ich will jetzt meinen Traum so erfüllen. Und vor allen Dingen, dass wir alles in einer Kleinstadt nehmen. Wir finden uns ja hier in Erkland, das ist jetzt nicht die größte Stadt. Und ich glaube, es ist auch einfach wichtig, dass du Supporter hinter dir hast, dass Leute dich unterstützen. Ich glaube die richtigen Leute. Ja, vor allem hier auf dem Dorf war das halt so, ich war halt immer der einzige Junge hier auf dem Dorf, weil alle spielen Fußball. Und wenn du jetzt in die Großstädte gehst, dann ist das viel mehr angekommen bei den Jungs und bei den Männern. Aber hier halt gar nicht. Und das war deswegen, die ganzen Jungs haben mich immer ausgelacht. Und irgendwann, wenn die so gecheckt haben, okay, der hat doch Erfolg mit oder das wird alles immer besser und der kriegt Anerkennung. Fuck those haters! Dann kamen die halt irgendwann alle an und dachten auf einmal so, krass Respekt, finde ich voll geil, was du machst. Wo ich mir dachte, ja, vor zwei Jahren hast du mich nur ausgelacht. Ja, aber war auch ein steiniger Weg wahrscheinlich. Also du musstest erstmal bestimmt richtig, richtig husteln und viel hier reinstecken. Aber es hat sich gelohnt. Ja, also man darf auf jeden Fall nicht aufgeben. Wenn ihr irgendeinen Traum habt, irgendeine Leidenschaft verfolgt, egal welcher Sport, egal welches Thema es geht, dann zieht auf jeden Fall durch. Das zahlt sich irgendwann aus. Und jetzt kommt mein Heiratsantrag, Leute. Ja, und damit ihr das auch schafft, damit ihr vielleicht hier meine neuen Angestellten werdet, machen wir jetzt heute mal ein kleines Praktikum. Was wollen wir denn machen? Wir haben jetzt hier gleich ein Training. Ich habe extra meine Turniertänzer geholt, die immer bei den ganzen Meisterschaften mitmachen. Meisterschaften? Ja. Das heißt, das sind alles Profis, ne? Ja. Also die trainieren auch wirklich so vier, fünf Mal die Woche. Wir ja auch. Und heute könnt ihr denen ja mal zeigen, was ihr jetzt in den letzten Jahren euch so angeeignet habt. Ihr wollt ja nicht angeben. Ich weiß, aber ihr könnt ja auf jeden Fall schon mal so ein bisschen was zeigen. Macht euch vielleicht mal fertig und ich gehe schon mal rüber. Wir machen uns erstmal ein bisschen warm. Bis gleich, Marvin. Hast du das gehört? Meisterschaft. Ja, Digga. Deswegen, wir ziehen uns jetzt um, damit wir mit den Profis mithalten können. Ja, du hast recht. Ich mach kurz einen Spagat. So Leute, wir haben uns jetzt umgezogen, damit wir natürlich auch wie die Tänzer aussehen, ganz klar, damit wir hier nicht zu krass auffallen, sondern uns anpassen. Ja. Ey, warte mal ganz kurz. Warum sehen die denn alle normale aus? Alter. Ich hab gesagt, es ist zu viel. Sollen wir eine Medaille weniger? Trag die mit Stolz. Ja, gut, vielleicht eine. Lass eine weg. Eine machen wir weg. Mit Stolz gehen wir jetzt einfach rein, ne? Oh, ich hab was vergessen. Ey, wir haben das Wichtigste vergessen. Die Musik. Wie soll man ohne Musik tanzen? Jetzt sind wir dabei. Geh mit Selbstbewusstsein rein. Wir tanzen bei den Meistern mit. Hallo. Hallo. Was hat du heute noch vor? Tanzen. Tanzen. Ja, wir sind ja, wir sind ja, wir sind ja auch Meister. In Holland oder? In Holland, in Großbritannien, wir waren schon überall. Australien. Wo wart ihr so? Nur in Erkenntnis oder wie? Wir bringen euch heute in die Welt. Sehr gut, also das ist Louisa und das ist Mehdi. Also habt ihr uns gar nicht erkannt? Ja. Wollen wir mal mitmachen, würde ich sagen. Wir machen uns gerade warm. Ihr seid genau richtig. Okay. Okay. Ja, aber nicht in die letzte Reihe. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Das wollte ich auch sagen. Einer links von mir, einer rechts von mir. Wir wollen nicht angeben, aber macht Platz. Alter, ich seh jetzt, wie scheiße ich aussehe. Okay, Warm-up, ja? Warm-up. Ganz gechillt. Das ist nicht so meine Musik. Hey, yeah! 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 Aua! Oh, komm, schneller! Ich bleib unten! Oh, oh! Ich bin schneller! Oh, oh! Ich bin schneller! Oh, oh! Das war's schon? Mein Gott! Das war's Rohren ab. Ich mach das eigentlich 2 Stunden ab. Ich glaube, wir müssen unsere Ketten abnehmen. Ich hab so ein Bahama eine gescheuert bekommen. Ich auch. Wir haben ja extra Gewicht, deswegen seid ihr auch noch nicht so am schwitzen wie wir. Ja, ich pack's einfach in meine Hose, da passt genug rein. Echtes Gold wiegt viel. Ich häng fest! Das ist jetzt Glück. Aber nicht schlimm, weil Piraten können ja auch tanzen. Ja, stimmt. Ich würd sagen, wir haben ja grad Meisterschaftstraining. Ja. Unsere Gruppe tanzt jetzt was. Ihr könnt ja schon mal so ein bisschen schauen, wie unser Level so ist. Könnt mal gern hier vorne hin. Kann ich mehr. Ich mein das ernst. Ich hasse deinen Freund. Das kriegen wir doch auch, oder? Das kriegen wir. Au, au, au. Das kann ich aber auch. Geil, Digga. Ich schwör. Komm, let's go. Power. Ja, wir tun so, als wär voll Kacke. Aber ganz ehrlich, ist schon krass. Digga, das ist krank, Alter. Ich schwöre. Aber gleich einfach ganz uninteressiert. Ja, ist ganz gut. Digga, wie geil, Alter. Die sind nicht umsonst Meister. Ja? Und was sagt ihr? Die war gut, aber da geht noch was. Da geht noch was. Jetzt mal sich mal verletzt und ihr könnt einspringen bei der Meisterschaft. Ja, klar. Chore könnt ihr ja. Jetzt habt ihr schon gesehen. Wir haben fotografisches Gedächtnis. Ja, top. Ich mein, so schwer war es jetzt nicht. Wir sind Weltmeister in der Schweiz. Also, wie kriegen wir das denn? Ja, ja. Ich bin der Schweiz Weltmeister. Ja. Ich würde jetzt mal sagen, ihr macht mit. Ach so, okay. Ach so, jetzt ist schon noch kurz. Wir lernen jetzt was Neues. Warte mal, das ist auch noch eine Frage. Welche Kurse gibt's so bei dir? Also, die haben jetzt gerade alle Hip-Hop getanzt, aber die machen nebenbei auch noch Contemporary, Fusion, Breakdance, Dancehall. Weil man kann hier verschiedene Kurse machen, ist egal welches Ziel. Hier findet man alles. Du nimmst mir ein bisschen den Platz weg. Sie ist ein bisschen so eng an mir. Echter Fuß geht los. Wir haben vorne. Vor, rück. Zusammen. Sieben, acht. Vor, rück. Jetzt von da aus einmal. Klöpp, 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 klöpp. Beim Klötschen war ich dabei. Und wie läuft's hinten? Gut. Bisschen schneller vielleicht. Frage. Sag mal. Kannten die alle den Tanz schon? Die kannten den nicht. Jetzt ehrlich nicht? Was? Ja, ich bin nur beim Klötschen dabei, weil ich schon die ganze Zeit so stehe und warte. Weiter. Das war der falsche Fuß. Ja, sie hat einen Fehler gemacht. Ja, deswegen, ich war abgelenkt. Wie lange tanzt ihr so durch, jetzt mal ehrlich? Drei Minuten. Und ihr müsst euch drei Minuten alles merken, was gemacht wird. Und dabei noch gut aussehen, lächeln. Was, wenn ihr es nicht macht, was passiert dann? Schläge. Mit Schlägerei kommt man hier gut voran. Ja, ja. Das weitermachen, bevor wir aufs Malen. Ja, ja. Ist ihr warm? Guck mal, die ist warm, die kann schon nicht mehr. Ey, die Loser. Willst du ein Schweißband? Fünf, sechs, sieben. Tief und tick, tick, tick. Ey, ha, ha. Hoch. Klappt es immer besser, Luisa, Mehdi? Mega gut. Ich habe, glaube ich, einen Leistenbruch. Aber sonst alles gut. Ich muss jetzt noch mal rüber. Ich habe jetzt den nächsten Kurs. Aber vielleicht könnt ihr ja gleich das mal übernehmen. Wir übernehmen, wenn du willst. Also jetzt ein bisschen Erfahrung gesammelt, wie der Kurs so abläuft. Ja. Vielleicht wollt ihr nach vorne kommen. Ja, gut. Alles klar. Du kommst wieder. Und wir werden hier eine krasse Choreo vorbereitet haben. Wir werden dich von den Socken hauen. Ja, von den Socken. Also zieh dir schon mal die Socken aus. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. So, erstmal hier. Wer zuerst lacht, komm. Du hast gelacht. So. Guck mir aufs T-Shirt. Guck mir aufs T-Shirt. Guck nicht auf meine Brust. Guck mir aufs T-Shirt. Okay? Das ist das Wichtigste. Das Wichtigste ist dein. Nein. Eat. Eat. Ah, sorry. Eat. Repeat. Eat, repeat, eat, repeat. Hast du gegessen? Ja, klar. Klasse. Ihr redet mit den Profis, denn wir haben nicht umsonst den hier damals von der Schweiz überreicht bekommen. Für die krassesten Weltmeister, Europameister des Staates Arizona. Geht? Also wenn ihr krass werden wollt, ja? Und den hier gewinnen möchtet, dann müsst ihr euch jetzt anstrengen. Und das, Freunde. Lies vor, was da steht. World Champions. Lies es mit Stolz vor! World Champion! Was wollt ihr werden? World Champion! Ich hab euch nicht gehört, was wollt ihr werden? World Champion! Wer kann mir beantworten, was ist das Allerwichtigste beim Tanzen? Vergess das mal! Ja. Nicht schlecht? Wollte ich sagen, tatsächlich. Verdammt, jetzt kann ich ihr jetzt einen Minuspunkt geben. Das war falsch. Also bisschen Warm-up, ganz kurz und dann fangen wir mit unserer Chorea und macht mir einfach nach. Genau. Und wichtig ist auch immer, das Team zu supporten, also alle jetzt mal bitte so, während Mehdi das macht. Genau. Okay? Ja, beruhigt euch. 30, 36, 22. Gut, ihr seid warm. Eure Hose ist euer Tanzpartner, ja? Ihr nehmt mal eure Hose so. Ihr nehmt die Hose mit. Doppeln! Genau. Der muss schnell gehen, okay? Also wirklich... Vielleicht ein Doppeln auch. Doppeln doppelt an den Einbound. Und doppeln nach rechts. Und doppeln nach hinten. Und doppeln nach vorne. Und dann steht man erst mal so. Ja, genau. Aber viermal nur. Viermal, ja. Und dann kommt der Step. Der ist jetzt ein bisschen tricky, passt genau auf. Ich zeig ihn nur einmal. Okay? 37, 5, 22. Aber so mit den Füßen, guck auf meine Füße. Und fertig. Wer knöchelt, sein Knöchel bricht, wir haften nicht. Wichtig ist auch, dass man immer jedem Publikum antanzt. Du tanzen nach da. Auch die Leute hinten müssen beschäftigt werden. Genau. 35, 7, 22. Okay. Dann kommen wir alle zusammen. Luisa wollte euch noch kurz zeigen, was noch dazu gehört. Nämlich, irgendeiner hat es vorhin gesagt, Ausdruck. Okay, ich drehe mich um und die macht alle mal traurig, okay? Mega. Alter, guck mal die Mundwinkel, wie weit die runter geht. Ja, die ist wirklich traurig, glaube ich. Ja, die ist echt... Alles gut? Wollen wir reden? Tanzen zeigt nämlich sehr viel von Emotionen. Aber ich glaube, dafür muss ich meine Schuhe ausziehen. Wenn du einen schlechten Tag gehabt hast. Ja, dann mache ich so. Dann lenkt Tanzen dich ab. Was machst du dann? Ich bin gerade in meiner Rolle. Das ist Wut. Soll ich dir zeigen, wie mein Wut-Tanz aussieht? Halt mir den Pokal fest. Ich bin bei Russen aufgewachsen. Ich bin ein bisschen aggressiver, weißt du? Meine Wut spiegelt sich so wieder. Wir zeigen euch einmal kurz, setzt euch mal hin. Ihr dürft euch nach vorne setzen, komm. Weil wir brauchen einen Platz jetzt hier. Harem Hotpants. Bald im Nikmatullin-Shop. Alter! In den Rock einfach. Einfach Rock! Und so. Gib mich hoch. Der war gar nicht ihr mal so geflleg, Alter. Feedback. Wer will Feedback geben? Meldet euch. Keiner? Alles klar. Ich kann uns mal einfach mitreißen. Ja, hast du das Gefühl? Ich hab's richtig gefühlt. Olivia? Wir müssen uns echt bessern. Wir alle. Bitte? Falsch. Und das ist es. Das ist nämlich falsch. Er hat's nicht. Wer ist dein Mann? Geh in die Ecke bitte. Wir haben hier ne Stunde für nix getanzt. Ja, wirklich. Haben jetzt mal Freiwillige, die gerne auch einmal Ausdruckstanz machen möchten? Die Emotion, die ich euch gebe, ist traurig. Wisst ihr, was ich getrunken hab? Erfolg. Den kippe ich mir auf Exi hin morgen, weißt du? Mal gucken, ob die aufgepasst haben. Boah. Warte mal, die sind ganz gut, Alter. Sag mal. Jetzt Spaß beiseite. Wie krass sind die bitte? Integriert den Pokal, weil ihr wollt ihn. Es sieht einfach gut aus. Ihr streitet euch jetzt um den Pokal. Aber traurig. Traurig. Ja. Nehmt euch, das wollt ich sehen. Traurig. Ich seh euch lachen. Was soll das? Und jetzt will ich Aggression sehen. Misch dich mal mit ein. Die ist mir auf den Fuß getreten. Katz, die Perz. Ist die mir auf den Fuß getreten? Das ist gut. Ein Meister kennt keinen Schmerz. Ja. Wer war das? Sag mal kurz. Ich glaub, die mit den großen Tretern. Ja, okay. Löst ihn da in der Ecke ab. Ja, ihr lacht, aber so was macht man nicht. Ihr seid doch ein Team. Könnt mir doch nicht auf die Füße treten. Warte mal, der hat die Ausklage. Geh du wieder in die Ecke. Du kannst wieder reinkommen. Nochmal eine kurze Frage. Was ist das Wichtigste beim Tanzen? Eats Repeat. Sag's mit Selbstbewusstsein. Eats Repeat. Ja. Und ich will gleich, dass du zu Marvin gehst und ihn fragst, was ist denn eigentlich das Wichtigste beim Tanzen? Und wenn er das Wichtigste beim Tanzen sagt, dann darf er nicht rein. Marvin Cohn, was ist das Wichtigste beim Tanzen? Leidenschaft. Falsch. Mein Gott, Alter. Marvin Cohn, was ist das Wichtigste beim Tanzen? Repeat. Oh mein Gott, Alter. Ich zeig ihm das mal. Ein letztes Mal. Sonst rotz ihm einfach in die Fresse. Marvin Cohn, was ist das Wichtigste beim Tanzen? Ich will das mal so ganz spontan Eats Repeat sagen. Richtig. Setz dich hin und wir tanzen dir jetzt was vor. Und wenn ihr seht, einer von euch aus dem Team bindet sich grad den Schuh Supported mal ein bisschen. So. 37, 5, 22. Das war krass, das war krass. Ich bin stolz auf euch. Eure erste Choreo. Was? So. Die erste Medaille an den besten Tänzern von heute Abend. Geht an. Point. Betty. So. Die zweite Medaille. Richtig. An den da hinten. Denkst du wohl, Digga. Luisa Mann. Immer bodenständig bleiben. Wir hoffen, euch hat das Training gefallen. Jetzt bin ich mal gespannt. Warte mal. Du hast doch die Choreo gesehen. Jetzt machst du die mal nach. Okay. Und 5, 32, 17, 20. Boah, es tut die Schuhe aus. Man muss einzeln mit dem Boden sein. Dem Boden Danke sagen, auf dem man tanzen durfte. Danke. Ein Kassettenrott fahrer mit der Rattreer. Tschüss. Machen wir das jetzt? Wir haben uns was verdient. Warte, warte. So. Das sieht doch auch wie hübscher aus. Komm jetzt. So Leute, wir sind fix und fertig. Wie man das vielleicht sehen kann. Ja. Wir hatten übertrieben viel Spaß. Ich hoffe, die ganzen Tänzer auch. Vielen Dank, dass wir hier drehen durften. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Ich glaube, den Leuten hat es auch Spaß gemacht. Und dass wir vor allem unsere Faxen hier machen durften. Ja. Wir meinen ja, so viel ist einfach nicht ernst. Aber die haben das so, Digga, die haben das so krass gemacht. Auch wie wir zu den dreien meinten, so, ja, macht ihr jetzt mal. Und es sah trotzdem so heftig aus. Es sah krass aus. Ich hatte Gänsehaut. Ich schwöre, Marvin, du hast wirklich sehr, sehr krasse Tänzer. Danke. Ich bin auch stolz drauf und bin froh, dass ihr das machen konntet. Und wenn ihr auch gerne mit dem Tanzen anfangen möchtet, kommt gerne nach Erkelenz zu der Tanzschule The Crew. Die einzig wahre. Die einzig wahre. Die einzig wahre. Hier sind alle Altersklassen vertreten. Oma Elke. Wir zusammen. Und wenn ihr euch anstrengt, landet ihr vielleicht auch in der Meisterschaftsgruppe und dürft auf den großen Bühnen dieser Welttanz. Kannst echt stolz auf dich sein. Richtig, richtig cool, was du dir da aufgebaut hast. Vielen Dank. Mach immer nicht so viele Komplimente. Okay, ich geh. Alles gut, ich geh. Wir gehen nach Hause jetzt. Ciao. Tschüss. Tschüss.